Als nächstes nehmen wir uns die Animationen und Übergänge vor. Das ist sehr schnell erledigt. Ich wähle die Bilder aus, die animiert werden sollen, klicke auf den Reiter Animationen und wähle hier jetzt aber, weil es ja ein bisschen actionhaltiger sein soll, hineinfliegen. Natürlich jetzt in einer speziellen Reihenfolge. Es sollen nicht alle aufs Mal, sondern mitklicken. Das auch mitklicken. Die zweite. Und ebenfalls dieser hier mitklicken reinkommen. Dann zu den Effekten. Dieses Bild hier, das erste, das soll von rechts reinfliegen. Dieses hier, das dritte, soll von links. Und das Bild 5, das letzte untere, von unten. Überprüfen wir das schnell. Voilà. Einfach nur von unten, nicht von schräg. Und alle folgenden Folien hier, die sollen Übergänge haben. Ich klicke auf Übergänge und hier nun diesen Würfeleffekt. Du siehst, es hat unglaublich viele verschiedene Effekte. Würfel haben wir hier. Testen wir nochmals das Ganze. Ja, es scheint zu funktionieren.